Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So geht los, oder was? Akzeptabel. Dann stellen wir uns alle am besten hier so in den Höhen-Eingang und dann... Oh oh. Das habt ihr nicht gehört. Dennis, du Sau. Du Sau. Ich hau dich grün und blau. Hurra. Hurra, hurra. Es ist dunkel. Machen wir wieder an. Es ist so hell. Oh, fuck. So, Dennis. Deine Ehre. Oh Gott, oh Gott, bin ich nervös. Jetzt hörst du aber auf damit. Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Ark Operation. Yay. Hallo. Und wir sind hier vor dieser Höhle. Wie ich gehört habe, ist es die von Keks, seiner Mutter. Ganz dünnes Eis, mein Freund. Ganz dünnes Eis. Oh, sorry. Papua jetzt bei der Schiff ist weg. Ding, lass mich. Ja, wir wollen heute in die Höhle und wissen nicht, was uns erwartet. Deswegen... Wie ist denn das? Der Cheech-Tier wird gleich töten. Geht nicht, wir sind in einem Clan. Scheiße. Oh man, Keks. Wir sehen die Level-Unterschiede immer noch. Ne, Kari, Dennis und ich sind auf einmal mit Keks hatten, bis ich hier nachgebracht habe. Deswegen würde ich sagen, der Kleinste geht voran. Fick dich. Ich habe einen Ballweh. Ich gehe zuletzt. Ich bin das Licht im Tummel. Ihr Heulsusen. Ich habe gerade einen Leck. Ich glaube, das lädt gerade. So. Oh, 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 oh. Los. Ich habe vergessen, die normalen Pfeile rauszuziehen. Oh ja, das wollte ich, ähm, wo? Das habe ich auch gerade getan, ja. Ha, loschen. So, es lädt, genau. So, einmal drückt ab. Creation. Ich halte mal die Bolas bereit, ne? Oh ja, scheiße. Ah, die Bolas, genau, die habe ich vergessen. Fuuuuck. Retour, Retour, Abbruch, Abbruch. Egal, schaffen wir auch so. Nein, schaffen wir. Wenn ihr alle Zeug dabei habt, ich bin sowieso nicht so trefflich. Wir müssen, 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 wir müssen. Wir brauchen welche, die, wir brauchen welche, die locken, die die Viecher locken und dann kann, können die, die Bolas haben, sie locken. Wer hat Bolas? Ich. Gut, Keks, wir bleiben hier. Na dann, Alex, geh mal locken. Ich habe doch meine, meine, meine Ausrüstung hier dran. Mach mal Dauerwelle. Egal, ich gehe vor. Wenn ich schreie, dann wisse, dass da irgendwas war. Sieht voll komisch hier aus. So, einmal hier noch durch. Oh, nein, Balbi hat gemeldet, also hier ist auf jeden Fall. Da ist ein Kano, sehe ich schon mal, aufpassen. Oh, lol. Oh, der ist hübsch. Und da ist ein Skorpione, zwei Stück. Was wir von hier abschießen können, können wir von hier abschießen, ne? Na dann. Oh Gott. Kommt der oder? Der hängt. Der hängt, das ist gut. Also der hängt noch. Ihr müsst aufpassen, Atropleuras. Achtung, Achtung, Achtung. Er hängt. Oh cool, er ist fast tot. Ey, das war der Skorpion. Ich glaube, die können ja nicht rein, oder? Ne, ich glaube auch. Deswegen, das ging. Aber die Skorpione schon, glaube ich. So, aufpassen, Skorpione und Atropleuras, ne? Haut ab. Wo bist du, du Sackgesicht? Ja, genau, geh runter. Jawohl, er fällt runter. Ey, du Otto. Ey, du Otto, du. Du Otto. Ey, der ist runtergefallen. Oh, ich habe eine Explorer Note gefunden. Wo? Da ist ein Revenger da hinten an der Wand. Ja gut, der interessiert uns erstmal nicht. Cool. Wo hast du eine Explorer Note? Wo? Da. Na vor dir, du. Mach auf. Ach, die hatte ich schon. Oh, guck mal, hier ist ein Weg. Ne, ich habe sie noch nicht. Ich habe einen Weg gefunden. Alles klar, dann los. Ich habe einen Ketten. Ich muss ganz kurz. Industrial Grinder, das ist gut, wir brauchen Kristall. Kari, geh so nah da ran. Guck mal, hier ist ein Weg. Ich sehe nischt. Ja, ich sehe auch nischt. Mach da scheiß Gamma hoch. Da ist ein Kanu. Da vorne. Wo? Hier, da vorne. Keks? Siehst du mich? Ja, ich bin hinter dir. Wunderschön. Normalerweise mache ich hier immer alles voller Arthropleurers, Freunde. Eigentlich ja. Soll ich mal anhitten? Ich hitte mal Alex. Was ist? Oh, da drüben scheint ein Artefakt zu sein, oder? Oh, da steht ein Ravager. Da steht ein Ravager. Da steht ein Ravager, das habe ich auch gerade gesehen, ja. Oh, ihr seid so dumm. Oh, hier bei uns doch nicht. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich sehe euch gar nicht. Oh, scheiße. Oh, guck mal, die sind rechts lang gegangen. Alex? Ihr seid ein paar Arschgeigen. Ihr seid so... Hört doch mal alle zu, ey. Das gibt's doch nicht. Keiner hört hier zu. Machst du denn da? Hä? Was ist die Acker da? Was? Mega Neuras. So, passt auf, da sind die Arthropleuras. Wisst ihr, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir brauchen wahrscheinlich Keks, da sind Arthropleuras. Wir hätten auch die andere Seite rumgehen können, ne? Da wäre bloß ein Ravager und ein Karno gewesen. Nur, was machst du denn da, Keks? Wir brauchen die Zip Lines. Gar nicht. Oder hast du die Dinger vergessen? Ne, ne. Ähm, kommt die hier hoch? Pass auf. Äh. Pass auf. Die Rüstung. Die ist aber runter. Die ist runtergefallen. So, da drüben, wo es ist, ist schon das Artefakt, ne? Ja. Artefakt. Deswegen, mit einer Zip Line wäre am besten... Doch, ich habe die Dinger bei, alles gut. Eine Zip Line wäre gut gewesen, ja. Ja, dann pack dir am besten zwei ein, falls du die abstürzt. Na dann. Ich habe keinen Plan mehr, wie man klettert, ne? Einfach mit der Linke Maustaste. Link? Ja. Oh, 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 oh. Reventer, 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 Reventer! Spring, Keksi. Lock sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich häng fest. Nein, ich falle. Ich bin unten. Tschüssi. Äh, Keks? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich kletter mal zurück, ne? Oh Gott, ich bin hier unten, ne? Ja, komm da lieber wieder hoch. Oh Gott. Ihr Arschgeigen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, ihr seid so kacke. Wo ist der Reventer? Direkt noch wegen... Ist das der Reventer tot? Die sind alle unten. Äh. Die sind alle unten. Da sind noch mehr, ne? Hier oben... Hier oben ist aber kein... Artefakt. Noch nicht. Okay. Ja dann komm, wir gehen erstmal vorsichtig weiter. Na warte, 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 bitte auf mich, ja. Oh Gott, wie schasset mir nach. Oh. Dennis wird sterben. Ich bin hier oben, ihr Idioten. Achso. Oh, keiner hört mir zu. Ich weiß nur, dass du runtergefallen bist, sorry. Äh, oh Gott, ich hab die Kriffe erschrocken. Also mein Barbie sagt, hier ist irgendwo ein Max-Level. Oh, toll. Alex, wo bist du? Äh, ich fall gleich runter. Immer noch hier am Anfang, hier. Guten Tag. Guten Tag. Ist da was? Was ist das hier? Ja, jetzt die Frage, links oder rechts, ne? Durchgehst du hier. Äh, du gehst durch den Rundweg. Ah ja. Leute, wo seid ihr alle? Ja. Wo bist du links rumgegangen? Da unten. Erwartet mal. Ach, immer die Frauen. Und sowas nennt sich 800 Spielstunden. Ey, es sind 1200 schon, ja. Spiel hat nicht so oft. Und ich wollte sie noch gut machen. Frage ist, wo ist das? Alter, mein Wasser geht runter, ne? Oh, guck mal, wie viel. Was? Ich hab nur den Scope hier abgeschossen. Oh, warum ist noch ein Spino? Ne, was ist das? Ne, ich ahne. Hä, wo bist du denn, Keks? Hier. Was ist denn da was? Ich bin genau vorliegen. Ich hab's, ich hab's Arterfakt gefunden. Leute. Ja, wo bist du denn? Hier. Hier. Ach, da hinten. Da drüben. Da, da drüben ist es. Oh, meins. Was will ich haben? Zurück, ihr verdammten Blödmänner. Oh, das ist erst, erst. Den Raptor, den Raptor. Hei, hei, hei. Lass mich noch auf. Kann bitte jemanden, der sich da. Kann ich bitte hier? Ab. Warum greift die Buller nicht? Leute. Auf welcher Tasse hab ich die Buller? Kannst du jetzt mal? Kann er jetzt mal bitte? Nein! Hilf mir, Kari! Oh, Kari, kletter hoch. Hallo? Kann mir mal wer helfen? Ist gerade ganz schlecht. Die Buller greift nicht. Ne, beim Skorpion nicht. Draufballen! Mach ich. Ähm. Oh, Gott sei Dank. Hallo? Ich schipp glaube ich gleich rum. Kari, kommt heute aus dem Kano, der wollte dich. Ah, hallo. Ich hab's mitgekriegt. Ich hab ein Pfeil. Ja, Kari, warte, ich setz dir im Bett in. Ich hab ein Pfeil im Bein. Hier geht's nicht. Doch. Ich kann, ich kann. Hör einfach, kannst du in der Foundation platzieren und ich nicht. Warte mal, hab ich etwa. Es ging nur an einer bestimmten Stelle. Ich hab ein Sealing gemacht. Ich hab ein Sealing gemacht. Alles klar, was ist mit dem Kano da? Der ist unten. Der ist unten drunter. Ach, mit dem Kano. Kann mir jemanden kurz den Pickaxe geben? Man, ich hab ein Pfeil gemacht. Da hinten liegen noch deine Sachen. Ja, Pfeil. Hallo, Schnecke. Hallo. 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 Hieb das Brett mal auf. Und nenn... Setz es wieder hin und nenn es Keks 1. Keks 1. Und wir wissen, wo ein Keks das erste Mal gestorben ist. Oh, guck mal, das ist ein Raptor. Ich mach gerade schöne Bilder. Nein, ich mach schon. Hab schon. Achso. Ich muss noch kurz warten, mein Torpor nimmt gerade noch nicht wirklich ab. Deswegen hab ich meine Resistenz hochgestellt, weil ich habe kaum Torpor. Torpo. Uh, klingt viel nackig. Ja, meine Flack, das Ding ist kaputt. Oh, flick da nackt. Warte mal, hier ist ein Weg lang. Hier ist ein Weg lang. Ich geh mal gucken. Warte, mein Wasser geht runter, das ist ja widerlich. Ja, ja, hier müssen wir jetzt so lang eigentlich. Und hier werden jetzt auch noch ein bisschen Viehzeug kommen. Ja, Keks, die rennt schon vor gerade. Der will gleich, der will schon wieder sterben. Ist ja leichtes Obwärter. Hey. Oh, Pilze. Pilze, 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 Pilze. Also, wir haben hier nisch mehr. Wir sehen hier nisch mehr. Oh, hier ist ein Glow-O-Tail. Oh, zähm, 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 zähm. Hallo. Kannst du nicht, ich hab kein Zeug zum, ja, du hast das Artefakt. Das ist dann mein Glow-Tail. Wo ist jeder ein Artefakt? Ähm, ähm. Artepleurer, Artepleurer, weg hier. Ne, töten. Ja, witzig, die hängt da hinten in der Ecke. Da hinten. Ja, dann. Wieso hab ich jetzt von dem Artefakt nichts abgekriegt? Ich geh jetzt schon mal hoch. Ihr müsst mich nicht schützen, ne, ich hab das Artefakt. Ah! Hallo, Leute. Ich glaub, ich hab von dem Artefakt nichts abgekriegt. Weiß ich nicht. Ich hab' mal... Normalerweise reichen die Artefakte nicht normalerweise... Ja, dann, dann am besten, zwei gehen raus. Am besten der, der den Glow-Tail hat und irgendeiner, der das Artefakt nimmt. Bringt das in Sicherheit. Und dann kommen wir wieder her und... Ich brauch' eh Wasser. Da hast du dein Waterjar. Hier, komm her, ich hab' Waterjar. Oba, ich auch, aber trotzdem. Guck mal, hier ist Wasser, ne? Passt auf, da ist noch ne Meganeura. Da ist Wasser. Da ist noch ne Meganeura. Da ist ein Zitteraal. Wo ist ja ein Zitteraal? Da unten im Wasser. Und die Karkinos. Da ist auch ne Krabbe drinnen. Ja, das sollten wir vielleicht lassen, ne? Ich kann Wasser nehmen, das ist kein Problem, aber... Meganeura, Meganeura. Ich hab' ja noch Wasser. Meganeura. Ja. Ich wollt' sie grad' abschießen, ich bin ja auch so dämlich manchmal. Nee. Ja, aber ich... Oh, Kristall. Ich wollt' sagen, ne... Oh, Adoplyra hier hinten, ey, dieses... Komm, wir gehen Kristallfarm. Wir gehen Kristallfarm, nehmen den Glow-Tail und das Artefakt in Sicherheit und dann gehen wir wieder rein. Ich will auch'n Glow-Tail. Ja, wollen wir alle. Deswegen ja. Da hinten ist noch ein, äh, Stecher. Ja, mach'n Doth. Äh, da hinten steht noch ein Kano, ne? Der guckt grad in die Ferne. So hungrig. Das Artefakt ist zurück. Echt? Geil. Ja. Ich hol' mir auch noch eins. Jeder kann ein Einzelne, ne? Eigentlich ja, deswegen frag' ich ja. Guck mal, der Kano da, der ist total nachdenklich. Sind das die Klo-Tail? Willst du dir das nehmen, oder? Pass bloß auf, dass der Kano dich nicht sieht. Wie kann man die denn sehen? Du brauchst so'n Pflanzensatz in diesen Penispflanzen. Hast du jetzt was von dem Artefakt bekommen? Hallo. Hab ich nicht, das war jetzt key. Na, ich hab's grad noch mal aufgesammelt. Hallo. Was denn? Nö. Seid ihr denn schon, Juni? Puh. Was brauch' ich denn noch mal für'n Klo-Tail? Hab' ich grad' gesagt. Pflanzensamen. Ja, aber... Ja, von was? Hab' ich gesagt. Penispflanze. Ja, also kann ich so viel mit anfangen. Die Penispflanze, Mann. Die Hentai-Pflanze. Du musst lang genug da bei der stehen bleiben, dann spuck die'n Samen. Den kannst du an die verfüttern. Und wie hat... Und wieso hast du da welche dabei? Na, weil ich mir einen geholt hab' vorhin. So'n Samending. Die gehen ganz schnell bei den Viechern, deswegen ist das effektivste, was du bei den Teilen machen kannst. Du kannst auch normale Samen nehmen, aber... Okay, mal so gef... Ich hab' mir keinen Abzug. Nee, Dennis, bist du leiser? Hat die aber noch so'n Samen dabei? Nein. Eben nicht. Scheiße. Aber, ich würd' einfach sagen, das Artefakt muss ja eigentlich gleich wieder zurück sein. Ja. Ich hatte mir das zweite geholt. Das denn, äh, weiß nicht, bleibt dann einer drinnen, oder wie, oder was wollen wir's machen? Ähm, wenn... 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 Äh, was hab' ich da überledet? Ich hab' hier gefeiert, geil. Ich würd' gerne noch die Höhle weiter erkunden. Ja, ich auch. Aber ich würd' halt gerne ein Glothil-Arm mitnehmen. Ja, ja. Weil die Glothil sind süß. Wir nehmen jetzt noch mal raus. Genau. Hauen alles in die Kiste rein. Und dann gehen wir noch mal rein. Genau. Einer muss drinbleiben, damit der ganze Scheiß nicht neu spawnt. Dann bleib' ich hier drinnen, dann bleib' ich hier beim Artefakt stehen. Du musst dann nur meins mitnehmen. Ich warte nur auch kurz, bis eins wiederkommt, weil ich will nämlich auch eins mitnehmen. Hm. Dennis, magst du meine Artefakt mitnehmen, oder willst du dann kurz hier warten? Nö, ne, ich kann's mitnehmen. Okay. Da. Dennis, sollen wir dein Glothil mitrausnehmen? Ich geh' doch mitraus. Achso, er bleibt in die Kari. Ich bleib' hier. Ich hab' meine Fakke. Ich bleib' bei Kari. Ähm... Sonst, Kari, sonst gib mir das Artefakt. Dann holst du mir eins, wenn die eins kommt. Alles gut. Wer nimmt neins mit? Dennis hat ja meins schon. Gib du mir deins, Keksi. Dann holt ihr noch zwei neue, wenn die hier kommen. Okay. Komm, Dennis. Ich esse gerade. So, ja, keiner. Hi, Keksi. Hallo. So, jetzt heißt es. Warten. Machst du dir auch Licht, Dennis? Oh, guck mal, wir können in den Karki noch so. Achtung, Erdbeam, Erdbeam, Erdbeam. Ja, ich schad' genau auf der Kante gerade. Wie mach' ich denn das Licht an, wenn da drauf ist? Ähm. Keksi, komm weg da. Wie hast du mit dem jetzt Inventar gehst? Es ist Erdbeam. Komm weg da, Mann. Bist du bescheuert? Ja, sind wir langgegangen, Dennis. Und dann die Länge drücken und dann Emotes Licht. Wie kann ich denn das Cloudtail... Da gibst du auch ne Taste für. Hm? Wie kann ich denn den Leuchteschapfer an dir abmachen? Okay, also das geht bei mir so nicht. Gar nicht. Testen später, los, raus jetzt. Sind wir oben? Oh, Mann. Nee, hier lang, oben. Ihr seid immer links lang gelaufen, äh, immer rechts lang gelaufen, also müsstet ihr jetzt immer links lang gelaufen. Ja, ja, hier ist der Leuchtenstab. Und das Bett. Was sagt, mein Dings ist noch in einem sehr guten Zustand. Hallo, ihr bin da, schönen Cloudtails. Alter, was ich hier Wasser in der Höhle verliere, ne? Ich hab hier nochmal Artefakt, ich nehm's nochmal auf. Aber hey, Alex. Ja? Wir haben überlebt. Ja, weil wir zu viert sind. Das hab ich gesagt. Mit mehr Leuten macht's auch mehr Spaß. Ah, da liegt ein blauer Gem. Meins? Ich mag die Artefleurer nicht. Die sieht... Ich auch nicht. Die sind auch widerlich. Aber, ich wusste es auch nicht, es sind die einzigen Viecher auf der ganzen Scheiß-Dreckskarte, Ja. Also egal in welchem Arc, die Tech-Sachen zerstören können. Ja. Die können auch alle Sachen am besten zerstören. Das ist echt krank. Ja, so viel kannst du aber auch zähmen. So, jetzt können wir ja mal hier unten den Karki nasseln. Irgendwann werd ich das auch nochmal tun. Aber schießen? Auf jeden Fall nicht hier in Aberration, weil hier brauch ich die Viecher nicht. Hier hab ich meine Rock-Tracks dabei, ich sitze nochmal zu und dann ist mir die Sache alledet. Keine Sorge, der kommt nicht so weit hoch. Nein, 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 ich hab immer geruckelt. Ich wär fast unter Gewalt. Wie nicht genug ausdauert zum Klettern. Das macht keinen Mist. Wir müssen auf seine Beine schießen. Ähm, da ist ein Raptor vor uns und ein Kano. Okay. Sind die also schon wieder neu gespawnt? Na dann. Ich würd sagen... Soll wir hinkommen? Ich hab auf den Raptor erstmal geschossen. Die Bola greift nicht! Kecks, wo bist denn du? Hier? Dennis? Ja, ich versuch's. Klicklicht war aus, deswegen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Gleich ist tot. Boah, ich... 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 Ich bin gewerker, eben runter zu klettern. Was ist los? Was ist jetzt so? Bola! Alle sind voll groß, ne? Ich hab grad Ladehemmung, toll. Ich find die irregelig. Andere Ambus nehmen. So. Aufpassen, wenn da ein Kano ist, wird da auch wieder was anderes sein. Ist das jetzt schon... Die voll? Ich hab kaum Leben verloren. Oh, ich hab nen Zitteral getötet. Gott sei Dank haben wir die Flak-Rüstung eh. Ja. Guck mal, da unten ist auch noch... Alex, kannst du mir einen Bruch-Pant mitbringen? Von der Flak? Ja. Und Kopf-Pfeil? Wenn wir ihn machen können. Okay. Ich brauch Arme. Stecher seh ich hier erstmal nicht. Du brauchst Arme, bring ich dir auch mit. So, dann ist wir Arms. Was ist da Kati noch? Und wer Blutinfusion braucht? Ich hab eine dabei. Ne, ne, alles gut. Ich hab kaum Leben verloren, als der Raptor mich eben gegriffen hat. Ne, ich sag's bloß. Falls irgendwas... Ich muss nur meine Flak-Rüstung... Ey, meine Flak-Rüstung hat ein Viertel verloren. Aber irgendwie geht in dieser Höhle... Ich weiß nicht, wieso das so ist. Soll ich das auch schon mal hören? Mir geht die Ausdauer sau schnell runter. Nö. Also viel, viel schneller als sonst. Okay. In meinem Kleidern saß ich da. Ich sag, wie, nicht genug Ausdauer. Ja, das ist durch das Artefakt hier. Durch diese Membran, die vorne ist. Und dadurch wird dir die Ausdauer schneller entzogen. So stand es jedenfalls im Dododex drin. Ja, aber nicht nur die Ausdauer. Aber auch das Wasser, ich mein, gut, das hab ich eben ja nachgeladen. Naja, Wasser hab ich noch die Hälfte von meinem Water Jar. Ich gar nichts mehr. Na hier, guck mal, hier kannst du auch auffüllen. Du hast ja da... Hier kannst du auch auffüllen. Ja, eben. Gott sei Dank! Wollen wir nach hinten weiter gucken? Dann werden wir nicht mal neben dieses Pflanzestellen und werden mal das Lamm mitbringen. Können wir den Kano irgendwie von hier oben schießen? Von hier hinten? Keks, wir leben! Anthoplor, da ist da hinten übrigens auch noch. Ne, lass mal nicht so weitergehen. Habt ihr alle einen Omnicolam mit eingreifen? Eigentlich? Ne. Nein. Aber dann könnt ihr wenigstens gucken, wer das Lamm mit die Viecher sind. Keks, nicht hier irgendwas anschießen, hör auf damit. Risiko, no risk, no fun. Ja, ne. Aber ich frag mich sowieso, warum die scheiß Bullas nicht greifen. Also nicht sofort. Äh, Keks? Oh, äh, Artefakt ist nochmal, da kannst du's nochmal nehmen. Und du kannst auch wegen der Hülle sein, ne? Jo. Ihr holt jetzt aber 20 Artefakte, ne? Wir brauchen einen Artefaktsockel. Wo wir die Artefakte alle aufstellen mit einem Ohr im Wohnzimmer. Jetzt hab ich ne Deko-Idee. Musst aber noch ein Ceiling machen oder sowas oder ein Schrank. Boah, das leuchtet immer so krass hell. Ne, braut, muss ich gar nicht. So, erstens. Flak-Rüstung aus? Das sind jetzt quasi auf jeder mit anderen Artefakte, oder? Richtig. Also auf jeder richtigen Map. Sprich, Scotched Earth. The Island. Und Aberration. Bei Ragnarok ist ja nur so ne... Ragnarok und Dings haben die nicht. Das sind ja nur Maps halt in dem Sinne. So, wer braucht jetzt was? Was war das jetzt für ne Bestellung? Äh, Keks braucht Brust. Und ich brauch Arme. Und Kopf noch. Und Kopf. Keks braucht Brust und Kopf. Der hat nur Strom. Joch, mach ich euch. Ja, dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie... Angeschalte Engramme kommen. Einmal Kopf, einmal Arme und einmal Brust, ne? Mhm. Alles andere müsste bei mir noch funktionieren. Cool, ich kann sogar schon ne kleine Schrupplinde machen. Nur die Munition dazu wird ein bisschen ekliger. Ja. Oh, das ist immer so bescheuert. So, ich stell mich... Oh, meine Rüstung ist auf ganz niedrig, also... Ja, eigentlich bräuchte ich die komplette noch mal. Habt ihr euch eigentlich immer von den scheiß Adropleuras da anschließen gelassen? Nee, aber der Raptor hat mich doch vorhin so oft angegriffen. Und die Revenger. Ja, mich eben auch. Ja, der Revenger hat auch übelst vier Schaden gemacht vorhin. Deswegen bin ich jetzt weit hochgeklettert. Ich hab übelst vier Kristall mit, ne? Ich hab übelst vier Kristall mit und bin dermaßen überladen. Glaub ich dir. Deswegen hab ich immer so lange gebraucht. Obsidian, Obsidian. Aber in den Höhen kann man das nochmal am besten fahren. Ist mit dem Plan dahinten die, wo wir durchgekommen sind? Nee, das ist die andere, auf der anderen Seite. Du guckst, glaub ich, gerade in die falsche Richtung. Sagt euer Timer eigentlich. Zu viel. Ja, müsste eigentlich gleich klingeln, aber das ist egal. Das machen wir. Dann machen wir die Höhen-Tour in der nächsten Folge noch mit. Genau, machen wir Höhen-Tour Folge 1 und Höhen-Tour Folge 2. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Ja? Ich stelle in die Skins-Kiste das Artefakt. Ja, mach ruhig. Du kannst auch einen neuen Schrank bauen. Ja, okay. Da ist ja kein Platz da. Wenn nicht eine Kiste. Einfach eine Kiste. Ich baue da nachher noch Kisten hin. So, ich stelle mich jetzt auch schnell an diese Gitschigitschigütti-Folgepflanze. Äh, Kix rennt hier schon wieder nackig rum. Ist schon wieder verpixelt. Es dauert eine Weile, bis da so ein Samen auskommt. Man muss zeigen, was man hat. Das ging aber erstaunlich einfach. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du noch unsere ersten Versuche, Kixi? Ach ja, wir sind ewig gestorben und ewig gestorben. Ihr wurdet ja auch nicht von den Ravager runtergeschossen. Das sah auch geil aus, wie Kixi da so hing. Oder war das Dennis? Irgendwer war das. Und der Ravager sitzt unten. Mich wirst du nicht los. Komm, irgendwann musst du runter. Das sah so übelst geil aus. Ich bin davor gelaufen und habe den Ravager nicht sofort gesehen. Und der hat mich dann angeknurrt. Ich bin dann weg und habe mich neu erwischt. Ich war kurz vorm Router fallen, aber Gott sei Dank hat meine Pickaxe noch gegriffen. Ich habe wahrscheinlich den Kakinus da unten. Was war da los? Oh, oh, oh. Was denn? Na, gleich kommt bestimmt da, oder? Ich habe wahrscheinlich den Kakinus da unten. Das ist ja nicht da. Alex geht jetzt rein und verpasst gleich. Alex, guck hin. Genau jetzt. Alex. Ja, ich kenne das. Geil. Und das musst du auch sagen, wenn jetzt so. Das Ding da. Da. Ja, ja, ich. Das war scheiße. Egal. Ich habe drei Stück davon. Jetzt, jeder von euch. Ich bin da drin. Ja, mach vier draus. Für jeden von uns eins. Und wie viele braucht man? Eins? Eins. Also für Low Level ab 120 oder so. Aber ich habe ja schon ein Glowtail. Also ich habe jetzt... Ja, nehmen ein paar mehr mit. Ne, ein paar mehr mit. Hier unten ist doch ein schöner Glowtail mit Lieder. Ich lasse meinen Balbi auch hier in der Höhle. Es ist ja nur hell genug. Das wissen wir ja nun. No. Und wenn nicht, dann machst du einfach Gamma an. Ne? Karin. Ja, dann machst du Gamma an. Genau so. Nehmen wir noch ein paar mehr mit, falls wir machen. Wie gesagt, im Prinzip für jeden einer reicht. Den Rest können wir z- können wir paaren. Ja. Ficken. Äh, ich sammle nochmal das Artefakt auf. Gibt gut Erfahrung. Ja, mach mal. Also jeder kriegt einen Balbi. Ein Glowtail. Ja, Glowtail. 60. Achso, das kann nur ein Organismus pro Dings. Wood. Hier kann man einen Tech-Replikator herstellen. Mhm. Also ich kann das Artefakt nicht nochmal aufsammeln. Ich habe schon leider eins drin. Das ist halt so. Fickst du wahrscheinlich auch, ne? Ist aber normal. Ja. Müssen wir alles das rausschmeißen, aber ansonsten. Gott sei Dank haben wir diese... Gott... Allein dafür, dass wir diese Pflanze hier schon haben, ne? Ist das schon viel wert? Hier können wir immer schön nach jedem Kampf die Dinos heilen. Ich weiß nicht, die haben sie ja jetzt leider abgeschwächt. Ich weiß, früher... Keks kennt das noch. Da haben wir uns teilweise mit dem Balbi daneben gestellt. Blustranfusion und dann 20 Transfusionen gemacht. Und du müsstest eigentlich längst dreimal tot sein. Und die Pflanze hat uns schnell wieder hochgehalten, als wir das machen konnten. So, und in 30 Sekunden ist die Folge zu Ende. Okay. Jetzt. Ich hebe auf. Keks, ich hab gerade ein Foto gemacht, du bist genau reingelaufen. So, und dann machen wir eine machen wir noch und dann... Ja, wie machen wir das denn? Eine nehmen wir uns noch und dann gehen wir noch zurück in die Höhle und moderieren dann mit den anderen ab, oder wie? Ja. Ja. No, 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 no Na ja, bei Photoscape kannst du das auch und das ist ein kostenloses Programm. Ja, wir haben ein Photoshop jetzt. Ich hab auch Photoshop, aber... Photoscape? Kannst du mir meinen Link davon schicken? Ja. Ich hab's Karkinos endlich erwischt. Jetzt kommt noch was raus! Oh! Oh! Okay, ich helf mal mit. Ausgeploppt, ploppt. Jetzt hat die Sau sich wieder weggelegt. Gut, dann los, ab zurück in die Höhle. Balbys hier lassen und Glothats. Hey! Fall da bitte nicht runter, ja? Oh! Wart er denn da? Ich komm angerannt! Ich muss auf die Beine schießen. Ich tue mein Bestes. Ich weiß, die sind so... Oh! Ja? Was sind die... Ich hoffe, ihr seid noch nicht zu weit gerannt. Wir müssen euch auch wiederfinden, ne? Nein, wir sind noch beim Artefakt. Genau. Wir versuchen gerade nur den Karkinos abzuschießen, aber der kam gerade so hoch gesprungen. Soll ich schon fahren? Ich krieg den nicht erwischt. Ich komm nicht weiter runter. Ich hab noch drei Bullas, Dennis. Wie viele hast du noch? Ich hab noch sieben. Das ist gut. Weil ich denke, das Zeug wird wieder respawn sein. No. Hm. Ja, vielleicht war er beim Eingang. Ja, ja. Ist es ja eben auch. Aber das ging ja. Das war ja dann nur ein paar Stecker. Warum ist hier in der Höhle ein Haus-Effekt? Äh, wo will denn er jetzt hin? Ah, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, der kommt jetzt hoch. Guck mal, der blutet schon ein bisschen. Ich bin vor dir. Wie du bist vor mir. Ich bin schon drin. Alter! Spring die Sau hoch! Warte auf mich! Zusammen sind wir stark. Ähm, also ich seh noch kein Viecherfuchs. Äh. Scheint clear. Jetzt hab ich Wasser wieder nicht aufgefüllt. Na, ist egal. Hier drinnen, hier drinnen ist doch Wasser. Eben. Ich hab immer Angst vor, dass die so hoch springt. Jo, ein. Ich will unbedingt meine Katarke. Jetzt sehen wir uns so fucking schwer. First room cleared. Everything is all right. Du musst einfach nur Pillar setzen, die da reinlocken, weil dann kommt's ja nicht mehr raus. Und dann, ähm. Ich hab mich ganz kurz ein bisschen eingepinkelt. In den toten Kanu. Ich dachte, da liegt doch irgendwas. So. Guck mal, Karkinus ist auch gleich tot. Ich schieß an Dauernd vorbei, ne? Guck mal, was sagt ihr das? Hälfte ist... Dann werden wir ja... Dann werden wir jetzt nochmal die Höhle erkunden, ne? Boah! Stirb doch einfach! Jaaaaa! Sehr gut, Keks! War nur nur Level 16? Im... im... springen. Im... springen. Muss mal ganz kurz, ich hab hier grad so'n kleinen Feeler. Oh Gott. Im... Soll ich vielleicht mal richtig creepy wirken? Nein! Soll ich mal richtig creepy wirken? What the fuck, Keks. Warte mal, warte mal, ich muss mal ein Foto machen. Gleich kommt's. Hier, wo ist mein Helm? Warte. Warte mal, dreh dich mal zum Licht hierher, komm mal her. Warte mal, ich kann den, warte mal, warte mal. Komm mal her. Ich kann den Reflexe verstärken. Warte. Wo, wo? Kekser Clown. Warn das. Ähm. Pass auf, hier könnte jetzt auch wieder was kommen. Mach, zieh dir mal ein paar Sachen an. Sieht aus wie so ein Spanner. Hallo. Warte, warte. Ich mach mich mal komplett nackt. Ich mach jetzt mal so ne richtig düstere Stimmung. Ja, also, und. Komm mal rüber hier. Ich bin richtig düster hier. Nee, 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 nee. Komm mal rüber. Das ist mit, äh, Clownfish. Aber, ich bin kein Clownfish. Einmal Link schicken, bitte. Ich kenn dir den Witz mit diesen Miesmuscheln und... Ist egal, ich hab den schon vergessen. Oh Gott ey. Oh Gott ey. Und diese Kanus, ne? Sind geil. Ja. Ist der Name von Kanen, Kanenuli abgeleitet? Oder wie? Sind das Nudeln oder so? Nudeln? Warte, 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 warte. Kommt der da grad, warte, 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 warte. Schau, was für mein Po ist, ist ein Stock. Ja. So, dann... Was ist das denn? Keks, mach jetzt nicht den neuen Killer aus DBD nach. Oh Gott, warte, 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 warte. Ich kann den Effekt noch verstärken. Oh Gott, 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 oh Gott. So Leute, hier ist einmal, einmal Arm, einmal Brust und einmal Kopf. Wissen die Brust? Nein, ich brauch die Arme und, äh, Keksi braucht Brust. Einmal Brust, bitte. Und da ist mein Helm. Ich geb dir stattdessen Pulled Pork, okay? So dann. Höhle erkunden und Glothailjagd. Äh, ist es mein? Meins? Ja, das war ich eins. Achso, ähm, warte mal. Hier sind die Samen, ne? Also... Aua! Ich kann euch ja aufteilen, das sind drei Stück. Äh, Keks! War auch ein. Ja, warte, Keks kriegt. Äh, warte, Keks kriegt. Warte, warte, gib mir auch einen, gib mir auch einen, ich hab noch keinen. Ich hab mir selber nur zwei. Hier, warte, eins geb ich dir. Ja. Äh, ich hab's gegessen. Oh Gott, Kari! Ein, aber nur, ein nur, warte. Hier ist einer. Gott sei Dank haben wir eins. Dennis, Gott sei Dank haben wir einen mehr gemacht. Hier. Ich hör's da grad neben mir nur so schmatzen. So Leute, stellt euch mal hier hin. Ich hab's schon wieder gegessen. Das ist ein Ding. Ich wollt ihn droppen, ich vergesse immer auf O zu drücken. Ich drück immer auf E. Ich hab noch einen. Mach's doch mit der Maus. Ich hab noch einen. Ich lass den jetzt drin. Scheiße, sorry. Hat wer ne, hat wer ne, hat wer ne Fackel oder sowas? Das ist ganz schön dunkel. Ja, ne Fackel. Das ist gut. So dann los, stellt euch mal alle neben mich. Seh ich nicht sexy aus? Feck damit Mach ist tot quis Du konntest mit der er kamen? Jaaja Das war eine tolle Folge. Warum lacht die denn alle? Nur so. Ich verstehe das überhaupt nicht. Jetzt klatschen wir wieder, ne? Was? Noch ein Stück da hinten? Noch ein Stück? Noch ein Stück? Noch ein Stück? Nein, du fällst leicht. Stopp, stopp, stopp. Noch ein Stück? Nein, noch ein Stück. Nach vorne. Ja, das war eine erfolgreiche Höhen-Tuch. Ja. Die war absolut kündig. Oh Gott. In der nächsten Folge werden wir versuchen, die Höhle weiter zu erkunden, uns ein paar Glothets zu fangen und nicht zu sterben. Killer-Klauen-Keksi. Bye. Nicht sterben, bitte. Tschüssi, bis zur nächsten Folge. Bye-bye. Bye-bye. Hi. Oh Gott, Erdbim. Bye-bye. He-he-he-he... He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he... He-he-he-he-he-he... Vielen Dank.